Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier und spiele heute mal wieder LOL. Leaks of Legends. Ähm, ja. Ein Kumpel von mir wollte gerne sehen, wie ich Leaks of Legends mal wieder zocke. Und, ja, ich habe gar nicht mitgekriegt, wo ich hingehen soll. Auf jeden Fall. Na, ich denke mal, Botwein. Gut, ich gehe auf Bot. Ähm, ja, auf jeden Fall, Gott, guck, wir sehen, dass ich mal wieder Leaks of Legends zocke. Weil das ist sein Lieblingsspiel. Und dann bin ich auch zocke. Gut, dann zocke ich mal Leaks of Legends. Ich habe allerdings jetzt eine Runde gemacht gegen Anfängercomputer, weil... Boah. Weil... Die andere Runde mir ein bisschen so lange dauert, weil ich muss gleich los zur Arbeit. Also es wird nur jetzt gerade eine ganz schnelle Runde. Ich denke mal, die dauert höchstens 15 Minuten. So, den Kite war mal hier weg. Oh, na, da sollst du mitkommen. Na gut, dann will er nicht. Wer ne Schwüge hat schon. Und Handy abklingeln. Ah ja, klar. Guten Morgen. Ja. Tio. Oh, in der Mitte geht's los. Einer in der Mitte. Eine geht in den Jungle. Hallo. Achso, ich spiele hier... Wie ist die Nummer? Iva? Nein. Ich habe den Namen vergessen. Nein, egal. Der Name ist ja unmächtig. Ich glaube, ihr kennt alle die, die ich hier gerade spiele. Äh... Ich bin gleich noch herr... Wer war denn das? Sivir. Genau. Oh. Ich bin da... Okay. Ein Schuss, ich bin raus. Ah, ich habe mich da noch getroffen. Äh, gut. Dann wollen wir gehen. Oh, mein Mann knurrt. Und wie habe ich von mir auch... Na gut, wird gleich noch was gegessen und dann zur Arbeit. Gut, knapp. Aber schab ich noch. So, so hochladen. So, 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 let's gehen. Okay. Ich bin mein eigenes ah Kappi Kappi Kürzl Computeranfänger man will ich mich jetzt mal schon Ich brauche ein bisschen Leben und dann hau ich die Leiden durch Na denke ich ja nicht Aber ja Oh Schuhe gekauft Man plus ultra die Schuhe Das ist eigentlich immer das wichtigste was ich mir das was ich mir als erstes holen und die Stelle Hallo, ich kann. Und wieder ein Yessa Ach, sowas von nice Sowas von nice Ein Gegner, wie er gegründet hat Ein Gegner, wie er gegründet hat Ein Gegner, wie er gegründet hat Hm Ein Signal, was wohl signalisiert Ach, ohm Ach, ohm Mein Gott, mein Gott Ich schmiede mein eigenes Ach, komm Gehen wir zurück Hm, ich kann nichts kaufen Doch Alles Das ist passiert Pass Und Ach Ich hasse keine Gegenstände, die aktiv sind Äh, die man aktivieren muss Passt viel Befähigkeit Und die viel besser Kommt noch mal Ich könnte auch mal was machen Ach So, ob wir den jetzt Gehen So, ob wir den jetzt Oh, da Anflug Hatte wieder eine Nachricht gekriegt Nur deswegen bin ich gestorben Moing Moing So So Das ist Das hier mal rein Pops im Mikro So Ich habe jetzt mal eine Socke Über das Mikro gezogen Mal schauen, ob das jetzt immer noch passiert Das sieht natürlich aus Ich spreche jetzt mit einer Socke Wenn man bei mir reinschauen könnte Wenn man bei mir reinschauen könnte Wenn man bei mir reinschauen könnte Dann will sich die Leute verschreiten Guck mal, Quatsch mit einer Socke Ja jetzt lauf mal schneller so ist es aber klar Nein, ist er kaputt, guck, 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 und, 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 geht's hin. Ich hab ihn schon kaputt gemacht, hihihi. Da ist im Vossenraum, Focke. Da kitzelt mir in der Naht, wie gitt, gitt. Ich glaub, beim nächsten Mal nimm mir was anderes wie meine. Aber ich kann euch beruhigen, das ist eine, oh, oh, oh. Das ist eine neue Socke. Die hab ich noch nie getragen. Ich brauch einen Hilfe da oben. Boah, der schafft doch auch mal ein. Glück hat das immer gut hierbei. Ich könnte hoch, wenn die von hinten angreifen. Dann hab ich... Oh, die ganzen Knie. Ich will lieber nicht. Oh, oh. Oh. Okay. Ich will Kill-Gestealed. find ein Kill-Stealer. Ich will Kill-Stealer. さ dzi und das war falsch oh, was ist? oh ... ich muss gleich arbeiten ich muss gleich arbeiten Go 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 Boah, Alter, was war das? Na gut Dann mach ich mal hier vorne das Eigentlich bin ich heute morgen schon um 5 Uhr wach geworden Durch nächtliche Aktivitäten des Nachbarn Oder deinen Nachbarn Da kann man sich viel darunter vorstellen Und Da wollte ich eigentlich noch kein Video machen Kein Video drehen Kein Let's Play machen Äh Das habe ich wieder hingelegt Obwohl ich nach und nach Überlegt habe, warum ich nicht da aufgestanden und da das Let's Play gemacht habe Weil bei Roll findet man ja zu jeder Zeit immer Leute in das Spiel So 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 und sind sie durch. Perfekt. Einmal full porten. Beim Ausrüstung haben wir 4000 Gold. Geld. Money, money. Und dann kommen wir erstmal hier. Na mal die Klinge. Der Unendlichkeit. Na okay. Kommen wir so nicht mehr. Ich bin jetzt gerade dabei da unten, um alles fertig zu machen. Kaput. 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 Kommen wir mal kaputt hier. So stark. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Da wollte ich mich durchflaschen. Also erst mal benutzen. Boang. Mann, Mann, Mann. Die Idee. Ich hoffe, es hat uns gefallen, die war etwas weiter. da wie sonst weil ich habe gegen Bots Anfänger gespielt und ja ich habe es seit beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und ja bis beim nächsten Mal. Bye.